Die Westgoten ansiedeln. Und heute schauen wir uns an, welches Interesse die Römer daran hatten und wie es mit den Westgoten weitergegangen ist. Doch vorher eine kleine Anmerkung. Letzte Folge hatten wir ja den Fall, dass Honorius den Konstantius zum Mitkaiser erhoben hat und der Osten dies ja nicht anerkannt hat. Und du hast dann gefragt, ob Honorius nicht das Recht dazu hatte, doch seinen eigenen Kaiser zu wählen. Und ich habe es deswegen jetzt nochmal nachgelesen. Anscheinend hat Honorius Konstantius gleich zum Augustus erhoben. Und das war dann problematisch, weil er auf diese Art und Weise, er als Augustus, sofort mit dem Ostkaiser gleichrangig war. Also einen dritten Augustus. Genau. Und sowas kann man jetzt nicht so einfach ohne Absprache machen. Und gleichzeitig ist anscheinend nicht so ganz klar bis heute, ob diese Kaisererhebung überhaupt wirklich so freiwillig war für Honorius. Und dementsprechend hat es dann einen besonderen Beigeschmack. Okay. Und bei der Gelegenheit noch eine kleine Korrektur. Ich hatte ja gesagt, dass Konstantius bereits ein Jahr später gestorben ist. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Er ist im selben Jahr schon gestorben. Er hatte sich nämlich schon zum Bürgerkrieg gerüstet und wäre auch bereit gewesen, dann gegen den Osten zu schlagen, ist dann aber gestorben. Ja, die Römer. Okay. Und jetzt zurück zu den Westgoten. Endlich dürfen sie in Südgalien siedeln. Die Frage ist jetzt, was hatten die Römer davon? Zum einen hatten die Römer natürlich ein Interesse daran, die Gotenfrage jetzt endlich zu lösen, nachdem wir jahrzehntelang auf Wanderschaft waren. Und man denkt allein an die Plünderungen Roms und dann wäre es natürlich geschickt, jetzt richtig einzuhegen und nicht mehr so halb. Das heißt, jetzt musste man sie endlich vernünftig einbinden und dazu gehörte auch, den Föderatenvertrag mit den Goten wirtschaftlich abzusichern. Denn vorher war es ja so, okay, wir geben euch dieses Gebiet, aber letztendlich waren die Goten ja trotzdem immer abhängig von direkten Zahlungen von Konstantinopel oder Ravenna und dementsprechend waren die Goten nicht sehr verlässlich, weil sie wussten jederzeit keiner Geld dann zugedreht werden. Dementsprechend gab es dann immer Probleme. Das heißt, jetzt brauchen sie wirklich wirtschaftliche Sicherheit. Gleichzeitig brauchten die Römer natürlich eine starke Armee, gerade um Gallien wieder unter Kontrolle zu bringen. Dieses neue Bündnis führte dann zur Entstehung des Toulosanischen Reiches und zur Transformation der römischen Welt. Also eine scheinbare Win-Win-Situation für Römer und Goten. Fürs erste ja. Deswegen habe ich ja scheinbar gesagt. Die Goten wurden im Süden Galliens angesiedelt. Schwerpunkt waren die Aquitania Secunda und benachbarte Gebiete. Darunter auch Toulouse, was dann zum westgotischen Hauptsitz geworden ist. Und von diesem Hauptsitz zu Luz ist auch der Ausdruck Toulosanisches Reich abgeleitet. Nur von der Mittelmeerküste blieben die Westgoten erstmal ausgeschlossen. Damit erhielten die Westgoten das reichste Gebiet Galliens und dies geschah wohl in Absprache mit der gallischen Oberschicht. Normalerweise wurden die Föderaten immer in Grenzgebieten angesiedelt, denn sie waren für die Verteidigung da. Wenn ihr jetzt aber auf die Karte schaut, dann seht ihr natürlich, dass die Westgoten nicht an der Grenze waren. Denn Aquitanien liegt ja an der Atlantikküste Frankreichs, also Südwesten, was ja weit weg vom Rhein ist. Und hier sieht man, dass es stattdessen um einen inneren Feind ging. Denn in der Vergangenheit ist es immer wieder zu Aufständen durch die Bagauden gekommen. Wer genau diese Bagauden waren, ist bis heute nicht ganz klar, aber wir wissen, dass es sich um bewaffnete Bauern und Hirten gehandelt hat, die sich teilweise von der Regierung losgesagt haben. Und aus Sicht der Oberschicht und Ravennas galt es natürlich die bestehende Ordnung gegen sie zu schützen, gegen diese Revoluzza. Und nachdem die Goten dort angesiedelt wurden, hatten sie und eben die gallische Oberschicht so dann das gemeinsame Interesse, die Verhältnisse so zu erhalten. Das finde ich jetzt nicht besonders sympathisch. Ja, die Römer waren keine Demokraten. Und die Bagauden waren sozusagen die Chaoten. Genau, für die dann die Goten losgeschickt wurden. Das heißt, man hat im Prinzip sich mit den Barbaren gemein gemacht und die starken Barbaren waren einem eigentlich näher als das eigene Volk, als die eigene Unterschicht. Wenn man böse ist, stellen wir das mal fest. Dann, seit den 420er Jahren kommt es dann unter ihrem neuen König Theodorit zu regelmäßigen Aufmärschen der Westgoten, wo sie andere Teile Galliens angegriffen haben. Ziel dabei war weniger die Eroberung von Gebiet als eine gotische Demonstration ihrer Potenz gegenüber den Römern. Betrachten wir das Ganze also einfach als aggressiven Balztanz. Okay, dann muss ich jetzt um Verzeihung bitten, aber mir fällt dann ein Balztanz, bevor es sozusagen zur Begotung kommt. Entschuldigung. In den 420ern wurden dann die Westgoten dabei von Aetius mit seinen hundischen Hilfstruppen im Schach gehalten. Denn man sieht ja, so toll ist es für die Röber jetzt auch nicht immer. Und die Westgoten waren auch in innerrömische Machtkämpfe involviert. So kamen sie zum Beispiel im Jahr 433 Galaplazidia gegen Aetius zu Hilfe. Galaplazidia, wir erinnern uns, das war die Schwester des Westkaisers Honorius, Witwe des Ataulf und Witwe des Konstantius III. Von Konstantius III. hatte sie zwei Kinder, Valentinian, der später Kaiser des Westens werden sollte, und Honoria. Die kennen wir ja auch schon. Als Valentinian Kaiser geworden war, war er noch ein Kind und Galaplazidia hat als seine Regentin fungiert. Und Gegner von Galaplazidia und dem von ihr unterstützten General Bonifatius war eben Aetius. Und in diesem Zusammenhang sind dann die Westgoten ihrer ehemaligen Königin zur Hilfe gekommen. Letztendlich hat sich dann aber Aetius mit seinen hundischen Truppen gegen sie durchgesetzt und Galaplazidia dann ausgeschaltet. Aber politisch, indem er praktisch dann später Bonifatius besiegt hat und dann war er eben der militärisch starke Mann im Westen. Und da kann dann die Kaiserin auch nicht so viel tun. Okay, sie war also einfach nur politisch im Obsetz. Genau. Und auch in den 430ern führten dann die Westgoten mit Vorliebe vor Arl, das war die Hauptstadt Galiens, ihren Balzzanz auf. Der Föderatenvertrag hielt aber. Die römisch-gotischen Liebesbeziehungen waren holprig wie eh und je und laut dem Geschichtsschreiber Jordanes galten den Zeitgenossen die Gemeinschaft zwischen Römern und Goten als Vereinigung zwieträchtiger Völker. und absolut passend. Im Jahr 451 bewährte sich jedoch diese Vereinigung, als dann Aetius Theodorit mit Berufung auf den Föderatenvertrag überreden konnte, ihn zu unterstützen, obwohl die sich vorher noch bekämpft hatten. Und dann, im Jahr 451 kämpfen Theodorit und Aetius Seite an Seite gegen die Hunnen. Genau. Die Schlacht ging ja mehr oder weniger unentschieden aus, doch das reichte aus, um eben die Hunnen und Attila in die Flucht zu schlagen. Theodorit fiel und sein Sohn Thorismund musste sich nach Toulouse aufmachen, um seine Nachfolge zu sichern. Was für die Geschichte der Goten aber besonders bedeutend war, ist, dass hier jetzt Goten gegen Goten gekämpft haben, denn die Hunnen hatten ja den Großteil der Grottungen unterworfen, aus denen später die Ostgroten hervorgegangen sind. Diese kämpften unter Führung ihrer drei königlichen Brüder Valamir, Theodimir und Widimir. Attila hatte diese Hilfstruppen frisch aus Gondor einberufen, wo diese noch kurz vor den Truppen Sarumans beschäftigt waren. Und haben die Ordler mitgekämpft, oder was? Genau. Also als ich die Stelle nämlich gelesen habe, dachte ich mir, die Namen klingen schon so, als wären sie aus Mittelerde, oder? Wer weiß, ich glaube, Tolkien hat sich auf Sprachwissenschaft betrieben und sich da vielleicht irgendwie inspirieren lassen, aber ich spekuliere. Ja, also der hat sich auch literarisch schon stark an die Germanen teilweise orientiert, also bei einigen Namen noch. Ich glaube, irgendwo auch bei einigen Versen hat er zum Beispiel den germanischen Stabrein benutzt, also auch eine eher germanische Literaturform. Dann weißt du mehr als ich, ja. Und Thorismund wurde aber nicht sehr alt in seinem Königtum und starb bereits 453. Er wurde nämlich ermordet von seinem Bruder, dem neuen König Theoderich und der Föderattenvertrag hielt. So hat mir unter dieser alte Werbung die Frisur erinnert. Stimmt eigentlich. Der König stirbt und im selben Jahr wurde dann der Kaiser Valentinian III. ermordet, nachdem er seinerseits Aetus ermordet hatte und Petronius Maximus wurde dann 455 neuer Kaiser. Als neuer Kaiser musste er sich natürlich um die Unterstützung der Föderaten bemühen, also hat er seinen Herrmeister Aetus zu Theoderich geschickt, um eben seine Unterstützung zu bekommen. Er war auch erfolgreich. Als dann aber die Kunde eingetroffen ist, dass Petronius Maximus inzwischen gestorben war, hat Theoderich Aetus gedrängt, selbst zum Purpur zu greifen. Und ordnungsgemäß riefen seine Soldaten Aetus zum neuen Kaiser aus. Jedoch bereits ein Jahr später wurde er wieder zum Abdanken gezwungen und dafür zum Bischof geweiht. Und noch ein Jahr später, womöglich auf Betreiben seines Kaiserlichen Nachfolgers Mario Orian, ist er dann gestorben. Oje. Dieser griff dann mit seinem Herrmeister Aegidius in Gallien durch. Aegidius benutzte dabei die Unterstützung der Franken, wie auch ein Saetius Hunden gegen die Westgoten eingesetzt hat. Aetus wollte jetzt Afrika erobern, aber wie wir wissen, scheiterte er und starb sogleich im Jahr 461. In Italien übernahm dann derweil der Herrmeister Rikimer die Macht. Theoderich schmiedete derweil ein Bündnis mit den Zueben, das ihm jedoch nicht half, weil er dann im Jahr 465 von seinem Bruder Eurich ermordet wurde. Ja, wieder mal, damit war der Föderaten Vertrag mit den Römern aber wirklich aufgelöst, nachdem er fast 50 Jahre lang gehalten hatte. Es ist ein stolzes Alter unter Föderaten Verträgen, oder? Ja, schon. Von unter den Bedingungen. Und warum haben die Römer eigentlich so lange mitgemacht? Sie haben die Goten halt einfach gebraucht, denn die Bergauden waren ja da, aber auch die Bretonen, die Alanen oder die Zueben waren da und mussten natürlich niedergehalten werden. Und auch gegen die Hunnen wäre es ja ohne die Westgoten gar nicht gegangen, denn die Römer hatten einfach nicht mehr genug eigene militärische Ressourcen, um in Gallien die Ordnung aufrecht zu halten und die hatten jetzt wahrscheinlich nicht so viel Auswahl und irgendwann ist ihn dann doch zu bunt geworden. Gerade ein neuer Kaiser sagt dann, okay, ich mache jetzt diese Entscheidung, aber vorher war es sehr schwierig. Und als dann Eurich die Macht erlangt hat, kontrollierte er ein Gebiet, das größer war, als das zugewiesene Föderatenland. In Gallien hatten die iberische Halbinsel, zumindest teilweise. Dann wurde der neue Kaiser Anthemius vom Osten geschickt. Der hat sich daran gemacht, Afrika vor den Mandalen zurückzuerobern und gleichzeitig schmiedete er Bündnisse mit den Sueben, den Franken und wollte zusammen mit den Generälen Paulus und Soagrius, die in Nordgalien waren, die Goten angreifen. Denn gerade weil er selbst auch auf dem Balkan schon genug mit Goten zu tun hatte, sei in den Goten den eigentlichen Feind Roms und deswegen er die auch aufmischen wollte. Aber erst nach dem Angriff gegen die Vandalen. Dieser Angriff ist jedoch zum Desaster geraten, wie wir schon in der Vandalen Serie gesehen haben und deshalb wurde dann später auch nichts aus dem Angriff auf die Westgoten. Wolltest die Geschichte mit den Schiffen? Ja, eigentlich bei beiden Versuchen ging es um die Schiffe. Beim ersten Mal wurden sie einfach weg bestochen und zweitmal ist es den Römern gelungen die niederzubrennen und wegen dem Sturm konnten die Schiffe nicht ausweichen und den Vandalen gelungen, oder? Genau, genau. Das war dann der Versuch mit Basiliskos und das war jetzt eben dieser Versuch jetzt, gescheitert war. Dies haben dann die Westgoten ihrerseits jetzt für Initiativen in Spanien und Gallien genutzt. In Nordgalien konnten sich die Römer jedoch behaupten, während aber die Expansion im Süden weiterging. Anthemius schickte dann ein Herr gegen sie, das aber besiegt wurde. Die Burgunder, die Föderaten der Römer waren, schlugen die Goten dann zurück und es blieb aber noch verbrannte Erde. In der Auvergne und in der Tarconensis leisteten die Römer den Goten aber erbitterten Widerstand. Wir werden wie immer eine Karte hochladen, damit ihr seht, wo diese Gebiete liegen. Also die Tarconensis ist das nordöstliche Gebiet Spaniens und die Auvergne ist so eher mittig in der unteren Hälfte des heutigen Frankreich. Und geführt wurde der Widerstand der Römer durch lokale Adelige, die sich selbst als Römer ansahen, aber teilweise noch oder wieder Keltisch sprachen. Also das lokale Moment lebt wieder auf, wenn die Zentrale schwächer wird. Ziel des Eurich, was seine Expansion war, ist, das ganze Land zwischen Atlantik, Loire, Rhone gotisch zu machen. Und bis zum Jahr 475 ist ihm das auch gelungen. Es gab zwar immer wieder Adelige, die die Goten bekämpft haben, Eurich nutzte aber im Kampf gegen diese Adeligen andere Adelige Galienz, denn die Oberschicht war auch in sich zerstritten und Eurich konnte sie gegeneinander ausspielen und dadurch sein eigenes Reich konsolidieren. Odoaca, der das Kaisertum im Westen zum Erlöschen gebracht hat, schweige Minute, fand sich mit den Eurichs ab und hat nicht versucht, die Teile Galienz wieder zu sich zurück zu erobern und dadurch konnte dann Eurich seine Stellung festigen. Dazu gehörte auch, dass er neben den galischen Provinzen auch große Teile der iberischen Halbinsel kontrollierte, wenn das Land auch noch nicht als Siedlungsland für die Goten diente. Vom Selbstverständnis her haben sich dann die Westgoten in gewisser Weise als Fortführung des Weströmischen Reichs verstanden? Das ist eigentlich eine komplizierte Frage. Es waren ein gentiles Königtum, also sie haben es schon als König der Goten gesehen, zu diesem Zeitpunkt, aber gleichzeitig war die Welt für sie römisch, es ist einfach die römische Welt und die waren ja immer noch irgendwie eingebunden und auch andere Könige blieben eingebunden, zum Beispiel, das werden wir später sehen, der Frankenkönig Klotwig zum Beispiel hat auch noch den Patricius Titel bekommen, vom Kaiser, das ist ein bisschen in der Zukunft von unserer Sicht aus, das heißt, das Kaisertum gab es ja noch, es ist nur im West erloschen, aber im Osten gab es es noch, das heißt, man war immer noch einigermaßen in ein römisches System eingebunden, wenn man auch autonom war. Wie sich das dann transformiert hat, das werden wir dann später sehen, gerade dann, wenn das Westgotenreich dann später in die iberische Halbinsel ausweicht. Okay. Nachfolger Eurichs wurde dann sein Sohn Alarich der Zweite. Er kämpfte zusammen mit den Ostgoten zusammen gegen Odoaca und auf der anderen Seite scheint er auch um gute Beziehungen zum Frankenreich bemüht gewesen zu sein, dass gerade unter Clodwig das Reich des Syagrius erobert hat, also das römische Restreich, das es noch in Nordgalien gab. Seit den 490ern kam es dann verstärkt zu Siedlungsaktivitäten in Spanien. Die Goten haben angefangen in Spanien zu siedeln. Dabei kamen vor allem die gotischen Herren nach Spanien, während die gotische Unterschicht in Gallien geblieben ist. In der Folgezeit kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen in Spanien und mit den Franken im Norden. Im Jahr 502 schlossen dann die Westgoten und Franken einen Frieden, doch bereits im Jahr 507 gingen die Franken zusammen mit ihren burgundischen Verbündeten zum Angriff über. Und bei der Schlacht von Voyer wurden dann die Westgoten geschlagen und Alerich der Zweite starb. Angeblich durch die Hand des Clodwig selbst getötet worden sein. Und das war das Ende des tolosanischen Reiches. Jetzt nochmal eine Frage zu vorher, wenn du sagst, dass Alerich der Zweite zusammen mit den Ostgoten gegen Odoaker gekämpft hat, warum war Odoaker ein Gegner? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ah, okay, das ist ein bisschen ausführlicher, wenn wir später nochmal sehen, bei den Ostgoten. Es war nämlich so, die Ostgoten wurden von ihrem König Theoderich geführt, das war ein anderer Theoderich, und der hat dann von dem Kaiser den Auftrag gehalten, Odoaker zu vertreiben. Und in diesem Zusammenhang waren die Ostgoten mit den Westgoten, mit ihrem Brudervolk verbündet, und deswegen haben die Westgoten Odoaker bekämpft, einfach aus ihrem Bündnis heraus mit den Ostgoten, und die Ostgoten wiederum haben den Auftrag von dem Kaiser bekommen. Und Odoaker war praktisch anführlich einer dritten gotischen Partei. Es ist eigentlich nicht ganz klar, was Odoaker selbst war, also es gibt verschiedene Theorien, nach einer Theorie war selbst Thüringer, ja sagen wir einfach, er war ein Barbarenkönig. Okay. Das war wahrscheinlich auch die Sicht der Römer, Baba. Werfen wir jetzt einen Blick auf die inneren Verhältnisse des Reiches. Nachdem der Föderaten Vertrag 4. und 75 gebrochen wurde, war der Westgotenkönig auch formal die oberste Person in Gallien und übernahm die kaiserliche Position als oberster Rechtsgeber. Vorher natürlich, als er noch in römischen Diensten war, war natürlich der Kaiser die oberste Person, aber jetzt ist der Kaiser ja weg, weil der Föderat weg ist, also jetzt der Westgotenkönig. Als sich die Goten in Gallien angesiedelt hatten, galt zuerst das gotische Gewohnheitsrecht. Das hat jedoch ziemlich schnell nicht mehr ausgereicht, um das Zusammenleben zwischen Römern und Goten zu regeln. Denn jetzt waren die auf demselben Gebiet und vorher waren die Goten auf Wanderschaft, dementsprechend muss man das jetzt ein bisschen modifizieren. Deshalb hat bereits Theoderit Vermögens- und erbrechtliche Bestimmungen schriftlich erfassen lassen. Theoderit hat diese dann nochmal erweitert. Wichtig für die westgotische Gesetzgebung waren natürlich römische Juristen und entsprechend waren die Sprache des Rechts Latein. Basis war dabei das römische Vulgarrecht. Das war eine Vereinfachung, Popularisierung und Anpassung des klassischen Rechts an den kleineren Raum. Es kam dann zur Kodifizierung des westgotischen Rechts und man spricht hier vom Kodex Euritianus, also nach Eurich, wobei nicht ganz klar ist, ob er diese Kodifikation veranlasst hat oder ob sie vielleicht erst unter seinem Nachfolger Adarich II kodifiziert wurden. Es ist auch nicht ganz klar, ob der Kodex Euritianus nur für die Goten oder für alle Bewohner des Westgoten Reiches gegolten hat. Es scheint vor allem das Zusammenleben der Goten und Römer geregelt zu haben und neben diesem Euritianischen Recht gab es noch das Breviarium Alleritianum, das ebenfalls zerstellt wurde, durch eine juristische Kommission, die eigens dazu einberufen wurde und Quelle für dieses Breviarium waren der Kodex Theodosianus und einige Novellen, die danach entstanden sind. Den Kodex Theodosianus hatte ich ja schon mal erwähnt, das war die Kodifikation des Römischen Rechts von der Zeit Konstantins des Großen bis hinzu Theodosus im Großen. Das war dann die Vorlage für andere Rechte, wie auch zum Beispiel die Lex Romana Curiensis, die noch bis ins Hochmittelalter hinein, zum Beispiel in der heutigen Schweiz und in Österreich galt. Und dieser Kodex Theodosianus ist der noch erhalten? Teilweise. Also es gibt nur Fragmente einer Palimpsest Handschrift, die in der Pariser Nationalbibliothek liegen und ich schaue mal, ob ich einen Digitalisator zu finde und wenn ja, dann werde ich das natürlich für die Seite verlinken. Einige Jahrhunderte war es nämlich so, dass der Kodex ganz verschollen war und erst im 18. Jahrhundert hat man dann diese Fragmente entdeckt. Es gibt Versuche, den Kodex über spätere gotische Gesetze zu erschließen und zu rekonstruieren, aber es ist natürlich schwierig, weil es nicht ganz klar ist, ob ein bestimmtes westgotisches Gesetz neu ist oder auf den Kodex zurückgeht. Und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was eine Palimpsest Handschrift ist. Also ein Palimpsest ist praktisch ein Papyrus. Papyrus ist ja nicht immer billig, das heißt, wenn du jetzt kein neues Papyrus kaufen willst, um es beschriften zu können, kannst du theoretisch eine Handschrift nehmen, die schon beschriftet ist und dann sehr vorsichtig die oberste Schicht abkratzen, also wegradieren sozusagen und sie dann wieder benutzen. Und je nachdem, wie gut es erhalten ist, kann man mit verschiedenen Methoden versuchen, die abgekratzte Schicht wieder sichtbar zu machen und so können rekonstruieren, was für ein Text vorher dargestanden ist. Eigentlich eine lustige Idee von einem Gesetzeskodex, die Gesetze wegzuhören. Okay, kommen wir zur Kirchenpolitik. Die Westgoten waren ja Humör, aber anders als die Vandalen waren sie weitestgehend tolerant anscheinend. Was jetzt nicht heißt, dass es keine Spannungen gab, gerade wenn die goten katholische Kirchen für ihre eigenen Gottesdienste beschlagnahmen wollten oder ähnliches, aber es gab jetzt keine gezielte Verfolgungspolitik und katholische Bischöfe wurden sogar manchmal zu diplomatischen Aufträgen benutzt. Wo Eurig aber nicht die katholische Kirche in seinen Staat eingliedern konnte, hatte er aber kein Problem, Bischöfe zu verbannen und Bistümer auch bekannt zu lassen. Wichtig war es, die katholische Hierarchie in das Westgotenreich zu integrieren, wobei es dabei nicht einmal um religiöse Fragen ging, sondern eher um administrative Fragen. Denn es war nämlich so, dass die kirchliche Ordnung, wenn es jetzt darum geht, wie die kirchlichen Diözesen abgesteckt sind, sie den alten weltlichen Grenzen gefolgt sind. Also das Römische Reich war ja zu dem Zeitpunkt auch in Diözesen eingeteilt und die kirchlichen Diözesen waren meistens deckungsgleich. Aber jetzt ist reicher zusammengebrochen und die Westgoten haben jetzt nicht einfach die ganzen Diözesen übernommen, sondern sie sind einfach expandiert, soweit es ging. Das heißt, es gab kirchliche Diözesen, die aus dem Westgotenreich herausgeragt haben, zum Beispiel ins Frankenreich oder ins Burgund. Und wenn jetzt aber Bischöfe versucht haben, ihre Bistümer auch außerhalb des Westgotenreiches sich um die zu kümmern, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist, dann konnte es aber sehr schnell auch als verräterisches Handeln interpretiert werden. Besonders dann, wenn es zum Beispiel Spannungen mit dem Frankenreich oder Burgund gab. Schauen wir uns jetzt das Königtum an. Theodorit herrschte von 418 bis 451 und in dieser langen Herrschaftszeit gelang es ihm, das Königtum in seiner Familie zu monopolisieren. Zwar gab es jetzt anders als bei den Vandalen keine feste Ordnung bei der Nachfolge, doch scheint sie auch dort ein Senioritätsprinzip durchgesetzt zu haben, als immer der älteste männliche Verwandte herangezogen wurde. Interessanterweise tat es dabei den Königen keinen Abbruch, dass viele von ihnen ihre eigene Königswürde durch Mord erlangt haben. Als Theodorit in der Schlacht gegen Attila starb, wurde sein Sohn Thorismund König, der wurde dann schon zwei Jahre später von seinen Brüdern Theodorich und Friedrich ermordet. Theodorich wurde neuer König, Friedrich wurde dessen Vizekönig und Theodorich wurde dann wiederum 466 von seinem jüngsten Bruder Eurich ermordet. Was für glänzende Familienverhältnisse das gewesen sein müssen. Ja, das war keine angenehme Atmosphäre beim Familientreffen. Und Eurich starb dann eines natürlichen Todes. Im Buch Die Goten von Herbig Wolfram steht dann auch die lustige Formulierung als Eurich selbst eines sonderbar natürlichen Todes starb. Also wenn wir mal schauen Theodorich fiel in einer Schlacht also eher unnatürlich Toresmund wurde ermordet und Theodorich ebenso. Ja, das heißt nach über 50 Jahren war Eurich der erste Westgotenkönig der natürlich Todes gab. So in gewisser Weise der Schwarze Schaf dass die Familientradition nicht aufrechterhalten konnte. Genau und also wir werden sehen ihr habt keinen Bruder mehr gehabt oder warum? Wahrscheinlich ich weiß und also wir werden auch später sehen dass dieses Phänomen auch in Spanien weitergehen sollte dann spricht man sogar auch von der gotischen Krankheit dass halt immer ihre Könige stürzen und Alarich wiederum der dann nach Eurich gekommen ist ist dann wieder in einer Schlacht gestorben das heißt die trolosanischen Könige lebten sehr gefährlich und der Familie wurden aber trotzdem wegen ihrer militärischen Erfolge ein gewisses Charisma zugeschrieben das ihnen als Legitimation gedient hat und jetzt zum letzten Punkt zum Hof am westgotischen Hof gab es auch homöische Bischöfe die wohl das Bibelwerk Wulfilas pflegten und gotische Texte schrieben im katholischen Klerus kamen die Homöer da natürlich weniger gut weg und deshalb wissen wir auch leider sehr wenig was über die Aktivitäten dieser Homöer der westgotische Hof blieb sicher eine Weile zweisprachig und wann genau die Goten jetzt ihre eigene Sprache aufgegeben haben ist umstritten aber wahrscheinlich Mitte des sechsten Jahrhunderts ist dann das westgotische untergegangen der westgoten König war der oberste Militär natürlich er war aus dem Herrkönigtum hervorgegangen und er war auch der oberste Herr der homöischen Kirche und er wurde auch zum Herren über die katholische Kirche in seinem Reich er war ja der König und der oberste Gesetzgeber also unumschränkt machtvoll in seinem Gebiet genau wenn er überlebt und und damit beschließen diese Folge diesmal ein bisschen kürzer nach den letzten beiden Mammut Folgen doch wie bereits oben erwähnt war das Ende des tolosanischen Reiches nicht das Ende der Westgoten insgesamt stattdessen sollte ihr Königreich sich zum toledanischen Reich transformieren und noch 200 Jahre länger werden aber darum kümmern wir uns erst an einige Folgen später ab nächster Woche machen wir nämlich mit den Ostgoten weiter wir beginnen dabei mit der Formierung der Ostgoten auf dem Balkan und ihrer Eroberung Italiens unter Theodrich dem Großen den ich kurz schon erwähnt hatte und das war ein anderer Theodrich als der Westgotenkönig die Ostgoten werden uns dann vier Folgen lang begleiten bis sie dann geht es dann auch wieder weiter mit den Westgoten also dann wenn euch die Folge gefallen hat dann lass doch ein Trinkgeld da oder eine positive Rezension bei iTunes ansonsten bis zur nächsten Woche bis zur nächsten Woche bis zu die Ja, wir haben das ja schon diskutiert. Würde man wirklich König sein wollen, wenn man ein Leben in ständiger Angst oder seinen eigenen Brüdern oder anderen wahrscheinlich führen müsste? Ja, ich nicht. Es ist interessant, dass man trotzdem anstrebt, König zu sein, obwohl man weiß, dass man nicht so gefährlich lebt. Übrigens, andere Frage, wie weiß man, wie diese Mordkomplotte, sind die alle einem ähnlichen Muster gefolgt? War das Vergiftung oder war das vielleicht ein Attentäter mit einem Dolch oder ist das jedes Mal anders? Das weiß ich gar nicht, muss ich zugeben. Da müsste ich wahrscheinlich die Quellen genau untersuchen, um zu schauen, wie dann der Mord beschrieben wird, ob einfach nur von dem Mord geschrieben wird oder ob gesagt wird wie, aber das weiß ich leider nicht. Aber dann bei den Westguten gibt es dann tatsächlich Variationen, da werden die dann an verschiedenen Art und Weise gestürzt. Irgendwann sind dann zivilisiert genug, den König nicht gleich umzubringen, sondern nur zu stützen. Dann werden sie in ein Kloster gesteckt, oder? Ja, da gibt es auch einen sehr lustigen oder sehr interessanten Fall, wo dann einer dann ins Kloster gesteckt wird tatsächlich. Und das sehen wir in, ich glaube, Folge 10 müsste das dann kommen. Okay, das ist dann der Effekt der Christianisierung, weil ich habe mir nämlich auch gefragt, die sind ja alle eigentlich christliche Könige. Ja, stimmt. Ja, aber die Regel der Macht transzendieren alle Religionen. Ja, natürlich. Ich glaube, ein König wurde auch geblendet. Ja, das war auch eine Methode. Wahrscheinlich dann die Steigung der Zivilisation, erst töten, dann blenden und dann zum Mönch machen. Eine Frage, was mich interessieren würde, aber du sagst, es gibt eben nur Fragmente dieses Kodex Eurytianus, wie der sich vergleichen lässt mit diesem Kodizes von, ich weiß nicht, Theodosius. Gibt es da irgendwelche Fortschritte, oder ist das eigentlich nur das Gleiche angewandt auf die Situation der Guten? Ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt, aber ich vermute mal, dass der Kodex Eurytianus war schon die Grund, Lage und ich würde mal vermuten, dass der Kodex Eurytianus eine Anpassung ist, weil es ja jetzt auch darum ging, besonders das Zusammenleben der Guten und Römer irgendwie zu regulieren, was ja beim Kodex Eurytianus keine Rolle gespielt hat, weil ja die Guten ja keine Bürger waren. Also es ist praktisch römisches Recht modifiziert, angepasst an die neue Situation sozusagen. Und gibt es da dann auch Teile, die sich mit Straftaten praktisch befassen? Weil das wäre etwas, was mich interessieren würde, wie Strafprozesse, falls es sowas damals gab, ausgeschaut haben. Das weiß ich gar nicht. Ich müsste schauen, aber ich vermute mal. Ja, also ich glaube, es kommt bei den späteren Folgen, gibt es sowas in der Art mal. Wenn ich gemein habe, gab es doch dieses Wehrgeld, dass wenn man jemanden umdringt, dann muss man seine Art. Ich überlege gerade, was bei den Ost, wo bei den Westgoten war, dann wurden dann die Gerichte auch so geändert, dass beim Fall, wo es Römer und Goten gab, hat es dann einen, ich glaube, das war beim Westgoten, hat es dann einen gotischen Beamten gegeben und einen römischen, damit die Interessen beider gewahrt wurden. Da hat sich, glaube ich, der Papst aufgeregt, dass gotische Richter eingesetzt werden, auch wenn jetzt nicht irgendwie Bischöfe oder sowas, bei entsprechenden Fällen. Aber der König hat gesagt, wenn ein Gote involviert ist, dann muss auch ein gotischer Beamter dabei sein. Also solche Sachen gab es. Ich vermute mal, es war allgemein so, also je nachdem, was für ein Verbrechen das war. Okay. Okay.